Keine Ahnung Komm weiter, hier ist Mana 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 Gremlins Das ist einer Double Kill Das passiert, wenn man hier runterfällt Oh, hier ist Mana Pass auf, da über dir ist ein Gremlin Wenn du dich trefft doch jetzt Das ist mal ne Belohnung fürs runterfallen Was passiert, wenn man hier runterfällt? Oh, da ist Mana Hier ist Combined Mana Ach du Scheiße, komm mal hier rein Komm mal hier unten hin Wir brauchen den Schlüssel von Anubis Jetzt bin ich in so einem Graben drin Hier ist so eine Kamera Hier sind ganz viele Menschen abgemetzelt worden Warte, will ich mir einkommen Ich bin aber grad hier unten Ach, da unten ist so ein Ritze drin Ja, ich bin hier reingefallen und da kommst du nicht wieder raus Warte mal, lass mich gucken Hier ist alles voller Blut Das sieht ziemlich cool aus Und hier ist ein Schlüssel Warte, warte, warte Ich bin wieder hier oben The Key of Anubis Oder sonst Ja, den brauchen wir hier oben Warte Ja, der ist hier unten drin Wo ist die Kamera? Hier hier Guck hier alles abgemetzelt Krass Key of Anubis Komm, wir schämen die Leichen Nee, Summer Souls dies Falls in the Constellation of Hypopothamos Kaum Leichensankern Ja, wollte ich grad machen Wo, lass mich lesen Ja, hab ich grad schon vorgelesen Ja, hab ich grad schon vorgelesen Guck mal, dann gehst du hier rein Dann kommen wir wieder hier oben raus Guck mal rein, dann können wir hier rausgucken Was? Jetzt haben wir den Schlüssel Und jetzt können wir nämlich hier durch Von Harry Potter und der Plastik Wow Guck mal rein, dann können wir hier rausgucken Warte, lass mich meinen Stab auswählen So Hier ist wieder irgendwas? Wo gibt's hin? Prophecy of Seed Ja, Seed ist auch ein Gott Äh, wenn Ra äh Rides his Chariot High Highest in der Heavens At the palace of the Pharaoh Shall the staff of Nefertum is auch ein Gott Be set free from his Chamber of the Sun Also wenn Ra irgendwas im Himmel reitet Ähm Wird im Palast des Pharao Der Stab von Oh, hier ist ein Amulett Amulett auf der Seite Nefertum freige... Wo bist denn du langgegangen? Den Teleporter Hallo Hallo Dann müssen wir wohl hier runter, oder? Weiß nicht Da ist irgendwas Hier waren wir schon, hier liegen Gremlin Köpfe Achso, hier ist wieder die große Statue Moment, da sind wir ganz am Anfang, oder? Mhm Hier ist noch Mana Ja Da ist jemand Ach shit, kein... Ich brauch grünes Mana Shit The door is barred Horus break the seal and opens your path Okay Was steht da? Halt, hier Halt, hier Halt 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 Hier steht Resting place for the upper crown of Egypt Wo steht das? Stand da Keine Ahnung Guck mal unter uns, das sieht hohl aus Ja, es gibt hier drei... Achso, hier Resting place for the upper crown of Egypt Kann man hier irgendwie... Oder müssen wir hier die Krone irgendwie rauflegen Es gibt drei Portale Und auf der anderen Seite war auch noch ein Weg Wollen wir erstmal auf die andere Seite gehen? Und gucken was da ist Oh Gott Die ist eng Achso, hier... Moment, hier sind wir am Anfang Ach stimmt Ach hier, das waren die Wege am Anfang, die barrikadiert waren Okay Jetzt wird die Musik wieder so laut Welches Portal nehmen wir als erstes? Keine Ahnung, geradeaus? Okay Ist hier noch irgendwas? Hier steht Text Pyramid of Anubis Pyramid... Okay Ah, Musik aus Anubis Pyramide Da ist ne Tür Oh, jetzt sind Leute Ich hab eben die Arme weggemacht Oh, hier ist wieder so ein... Und Text Temple of Horus Ach, da waren wir Achso, ja, da kommen wir her Hallo Wir fahren jetzt auch nicht Stirb Hallo Hier ist keiner Aber da oben ist irgendeine Büchse Was ist das da? Was hast du bekommen? Oh, Krater of Might Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was das macht, kannst du das mal ihm nachgucken? Ja Hier unten ist ein Tor Moment, du bist jetzt... Ist da noch was da oben? Ja, noch sehr viel Achso, hier unten ist auch ein Tor Oh, wie soll ich denn da rüberkommen? Warte, ich guck mal kurz nach Was war das jetzt? Ich hab's vergessen wieder Krater of Might Krater of Might Oh, shit Ich häng hier immer an diesen Dingern fest Krater of Might haben wir hier sogar Ähm... The Krater of Might ist ein Artefakt in Hexen, appearing as a silver, bla 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 Was bringt das? When used by the player, all blue mana and green mana will be fully restored to the player Oh Gott, yes Habe ich so einen? Nö, ich hab einen Nee Mist In dem Level eben hatte ich zwei davon Wo bist du jetzt hergegangen? Ich steh hinter dir Achso, okay, komm her Nein Ich hab so viele Sachen von denen ich nicht weiß, was sie machen Nein Scheiße Hier ist eine Falle Wo? Das ist der rote Teppich da? Der ganz in der Mitte Ja Ja Lass mich raus Wir sind noch zwei Typen Wir kommen hier raus Ah Shit, ich hab keine... Toll, der kann auf dem Teppich stehen und ich nicht Ah, Remnants Shit Ja Ich hab ihm einen Arm abgehauen Noch einen Arm Okay, er ist tot Boah, scheiße Also... Das heißt nicht auf den Teppich raufgehen Ich bin tot Was mit dem Eis? Da unten sind aber auch noch zwei Wege Hier ist irgendeine Tür mit einem blutigen Handabdruck Hier ist irgendwas Ja Äh, die Hieroglyphen fragen Anubis Äh... Scheiße Schon wieder auch noch der Fall Bitten Anubis den schwarzen Pharao mit der... His Royal Skepta Mit dem Royalen... Zepter zu... Wiedervereinigen Oder geht's einfach nur hier wieder hoch? Nee, hier geht auch mal... Ich spring hier auch mal... Achso Hier geht auch mal den Weg, ne? Ich bin hier auch mal runter gesprungen Ja, dann kommen da durchgekrochen Hallo Achso Okay, und jetzt? Was ist denn noch der Weg? Hier ist einfach nur dunkel Ja, und hier sind Leute Die mich gerade töten Hilfe Was? Ich muss ausweichen Oh Sagt der, der gerade gestorben? Ja, ich dachte man... Ich bin tot Shit Äh, wo sind wir jetzt wieder? Ach hier Ich weiß nicht Sollen wir denn... Jetzt geht's unten Hä? Wo waren wir eben? Oben Ach, da oben Weiß ich auch nicht Hä? Äh... Hä? Wo kommt der Strom her? Weiß ich nicht Was macht der Strom? Ich bin tot Okay Ich geh hier oben schon mal wieder lang Hä? Hä? Ist schon wieder Strom Wo kommt der hin? Geh auf der anderen... Keine Ahnung Geh auf der anderen Seite lang Jetzt wird die Musik wieder laut Bist du jetzt... Bist du unten reingegangen, oder was? Ne, oben Ne, ich mein... Bist du dann runter gesprungen? Durch die Falle, ja Durch den Teppich Oh, du darfst nicht auf den Stacheln landen Ich hab da eben nur ein bisschen Energie verloren Woah Vorsicht, der ist da noch Woah, ich hab noch zwei Krass Ich nehm ne Flasche Ah, der lebt noch Das sah komisch aus Ich hab keine Wie, du hast keinen... Na gut, ich hab drei Auch keine mystische Ohren, oder? Ne, ich hab gar nichts im Inventar Ach ne, stimmt, du hast alles verloren Ah, da ist einer Ich find das cool, dass die noch so rumkrabbeln Ich hab den Force Cube bekommen Guck mal, da liegt einer Ja Ja, und jetzt? Keine Ahnung, ist der Schalter? Nö Ich mein, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Äh Äh Keine Ahnung, hier ist nix Nö Dann muss hier irgendwo noch was sein Ja eben Aber wo? Aber hier in der Falle ist kein Weg mehr, oder? Ich glaub nicht Irgendwo nicht Irgendwo nicht Ich glaub nicht, dass man sich irgendwo in eine Situation bringen kann, wo man nicht weiterkommt Das wär doof Ja Hier gibt's echt nicht mehr Hier gibt's echt nicht mehr Hier gibt's... ne, auch nicht Komisch Tja Tja Hier unten irgendwo? Nö Hier ist ein Geheimgang Wo? Hier, komm mit Hä? Ah, bei dem Gitter Wo, 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 wo? Bei dem Gitter Hier rein Krass Okay, muss man auch erst mal wissen, dass man... Ich bin auch nur durch Zufall reingegangen Was bringt uns das? Hier kommen wir aber nicht Keine Ahnung Ah, okay, jetzt ist das hier auch gekommen Okay, wo jetzt lang? Hier unten? Ist das hier ein Tor? Ja, hier ist ein Tor Da ist noch eine Flasche Wo, wo, wo sind jetzt hängen? Weiß ich nicht Uah, bin tot Ich auch Ich wollte ihn grad angreifen und bin voll da rein gelaufen Immerhin, so wär's wieder hier Okay Wollen wir jetzt mal unten her gehen? Ja Kommen wir vielleicht unten Da ist eine Spinne Ach, waren wir nicht grade dann hier? Ach, waren wir nicht grade dann hier? Ach, waren wir nicht grade dann hier? Ja, hier bist du gestorben Jetzt sind wir beide gestorben Immer nur mich hier Ach Aua, au, au, au Ich bin nur ich hier gestorben Aua Wo bist du eigentlich? Ja, hier wo wir eben gestorben sind Ja gut, weil er auf der anderen Seite geht's noch Ach, der lebt noch Komm, wir zerhauen sein Bein Disk of Repulsion Oh, sein Bein ist steinhart Ich kann's nicht kaputt haben Ah, doch Okay Hast du hier was bekommen? Äh, Disk of Repulsion Zweimal Da ist wie, ah Der anderen Seite ist noch unterwegs Ja, hier ist ein Typ Schnell, tötet ihn Er krabbelt hier noch Halt hier Dann mach ich's halt selber Bam Stirb Ich kann ihn nicht töten Wtf Oh, da sind noch so viele Wege Und alle gehen auf Gehen wir erstmal hier links her Geht das hier auch noch auf? Oh, wir werden Hier geht's auch noch auf Wir werden uns sowas von verlaufen Ich muss die Musik schon wieder lange stellen Ach ne, hier sind wir wieder am Anfang Okay, dann können wir hier Also bei dem Portal Dann können wir hierher gehen Hier sind zwei so Spinnen Äh, zwei Nein, böser Mann Wow Okay, ist hier sonst irgendwas? Die Schlangen machen uns Das ist aber merkwürdig, dass hier nichts ist Halt hier You need the rough cut Gamm Edelstein Okay, wir brauchen irgendeinen Edelstein